Das ist Lia-Julie Beckmann und das ihr Alfie. Die beiden haben ihren eigenen Kanal bei YouTube. FMA-Videos sind das, was die Fans von Ihnen sehen wollen. FMA steht für Follow Me Around und meint, komm einfach mal mit in mein Leben. Das führt die beiden dieses Mal zu Charlotte Maria Schürmann. Die lebt in Gärde nördlich von Osnabrück. Lia und Alfie sind das dritte Mal hier. Beim ersten Mal mussten wir uns ein bisschen einfummeln, aber beim zweiten Mal war es schon richtig gut. Das Programm für das Training steht. Wir werden Außengalopp üben, einfache Wechsel, dass das alles ein bisschen präziser und weiche Übergänge, dass es alles mit feinen Hilfen zu reiten ist und mal gucken, was gleich da rauskommt. Die Aufwärmphase. Darauf legt Charlotte Maria Schürmann allergrößten Wert. Alfie soll gut gelöst an die heutigen Aufgaben herangehen. So, jetzt Schinkelnick hoch, Hände ruhig, Daumen nach oben. Komm, Garnabsprung, Garnabsprung, reiten, reiten, komm, zack, am Schenkel. Du hast ja zwei gesunde Beine. So, jawohl. So, das ist gut. Jawohl. Gut so. Du machst eine kleine Schrittpause und dann gehen wir gleich mal an die Arbeit. Musik Alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020